ich lerne deutsch ich lerne deutsch ich lerne deutsch jau cu nemaizku nummer 186 nummer 186 vergiss bitte nicht diesen kanal zu abonnieren das paar stöbert gemeinsam in einem onlineshop angelika zeigt ihrem mann was sie kaufen möchte das paar stöbert gemeinsam in einem onlineshop angelika zeigt ihrem mann was sie kaufen möchte das paar stöbert gemeinsam in einem onlineshop angelika zeigt ihrem mann was sie kaufen möchte paar разum peregledaie internetmagazin angelika pokazuje człowiekowi, що хоче купити angelika erklärt ihrem mann, wie man eine kreditkarte für onlineeinkäufe verwendet Angelika erklärt ihrem Mann, wie man eine Kreditkarte für Online-Einkäufe verwendet. Angelika erklärt ihrem Mann, wie man eine Kreditkarte für Online-Einkäufe verwendet. Wolfgang hat im Online-Shop etwas für sich gefunden. Er zeigt auf die Farbe, die ihm gefällt. Wolfgang hat im Online-Shop etwas für sich gefunden. Er zeigt auf die Farbe, die ihm gefällt. Wolfgang hat im Online-Shop etwas für sich gefunden. Wolfgang hat im Online-Shop etwas für sich gefunden. Meine Frau und ich haben etwas online bestellt und per Kreditkarte bezahlt. Meine Frau und ich haben etwas online bestellt und per Kreditkarte bezahlt. Wir sind ein gutes Team. Wir sind seit 45 Jahren verheiratet. Wir sind ein gutes Team. Wir sind seit 45 Jahren verheiratet. Ich mache seit vielen Jahren Morgengymnastik. Wolfgang hat Schmerzen in der Brust. Vielleicht sollte er etwas Sport treiben. Wolfgang hat Schmerzen in der Brust. Vielleicht sollte er etwas Sport treiben. Wolfgang hat Schmerzen in der Brust. Vielleicht sollte er etwas Sport treiben. Kannst du mir zeigen, was ich gegen meine Herz- und Rückenschmerzen tun kann? Kannst du mir zeigen, was ich gegen meine Herz- und Rückenschmerzen tun kann? Kannst du mir zeigen, was ich gegen meine Herz- und Rückenschmerzen tun kann? Beide setzen sich auf den Boden und beginnen mit einfachen Übungen. Beide setzen sich auf den Boden und beginnen mit einfachen Übungen. Beide setzen sich auf den Boden und beginnen mit einfachen Übungen. Es ist einfach. Das sollten wir jeden Morgen machen. Kannst du mir mehr zeigen? Es ist einfach. Das sollten wir jeden Morgen machen. Kannst du mir mehr zeigen? Es ist einfach. Das sollten wir jeden Morgen machen. Kannst du mir mehr zeigen? Du kannst auch Hanteln in deine Hände nehmen. Du kannst auch Hanteln in deine Hände nehmen. Diese grünen Hanteln habe ich schon seit zwei Jahren. Du kannst auch Hanteln in deine Hände nehmen. Diese grünen Hanteln habe ich schon seit zwei Jahren. Du brauchst schwerere Hanteln. Ich habe die richtigen für dich bestellt. Du brauchst schwerere Hanteln. Ich habe die richtigen für dich bestellt. Du brauchst schwerere Hanteln. Du brauchst schwerere Hanteln. Ich habe die richtigen für dich bestellt. Wir brauchen Hanteln mit größeren Wagen. Ich habe die richtigen für dich bestellt. Die Hanteln hätte ich auch selbst bestellen können. Du hast mir gezeigt, wie es geht. Die Hanteln hätte ich auch selbst bestellen können. Du hast mir gezeigt, wie es geht. Die Handeln hätte ich auch selbst bestellen können. Du hast mir gezeigt, wie es geht. Ich konnte selbst die Handeln kaufen. Sie haben mir gezeigt, wie es geht. Wir wollen nicht diskutieren, wir wollen zusammen trainieren. Kannst du deine Füße mit deinen Händen erreichen? Wir wollen nicht diskutieren, wir wollen zusammen trainieren. Kannst du deine Füße mit deinen Händen erreichen? Wir wollen nicht diskutieren, wir wollen zusammen trainieren. Wir wollen nicht diskutieren, wir wollen zusammen trainieren. Bald werdet ihr sehen, was wir uns sonst noch für das tägliche Training einfallen lassen. Bald werdet ihr sehen, was wir uns sonst noch für das tägliche Training einfallen lassen. Bald werdet ihr sehen, was wir uns sonst noch für das tägliche Training einfallen lassen. Nezabarom вы побачите, что еще мы можем придумать для щоденных тренирований. Bisher kenne ich dich nur von der Arbeit. Ich würde dich gerne auch privat näher kennenlernen. Wir können uns in der Cafeteria treffen. Wir können uns in der Cafeteria treffen. Ich bin dort jeden Montag ab 17 Uhr. Wir können uns in der Cafeteria treffen. Ich bin dort jeden Montag ab 17 Uhr. Es ist Montag und ich warte in der Cafeteria, aber der Kollege ist nicht gekommen. Es ist Montag und ich warte in der Cafeteria, aber der Kollege ist nicht gekommen. Es ist Montag und ich warte in der Cafeteria, aber der Kollege ist nicht gekommen. Ich warte nicht mehr länger auf meinen Kollegen, sondern gehe zum Sport. Ich warte nicht mehr länger auf meinen Kollegen, sondern gehe zum Sport. Ich warte nicht mehr länger auf meinen Kollegen, sondern gehe zum Sport. Ich warte nicht mehr Zeit, sondern gehe zum Sport. Wir können uns das Haus nicht mehr leisten. Die Zinsen haben sich verdoppelt. Ich habe die Heizung abgestellt, weil ich die Heizkosten nicht mehr bezahlen kann. Ich habe die Heizung abgestellt, weil ich die Heizkosten nicht mehr bezahlen kann. Ich habe die Heizung abgestellt, weil ich die Heizkosten nicht mehr bezahlen kann. Seitdem die Heizung abgestellt ist, friert auch der Hund. Deshalb habe ich ihm eine warme Decke gegeben. Seitdem die Heizung abgestellt ist, friert auch der Hund. Deshalb habe ich ihm eine warme Decke gegeben. Seitdem die Heizung abgestellt ist, friert auch der Hund. Der Thermostat springt nur noch an, wenn es draußen friert. Der Thermostat springt nur noch an, wenn es draußen friert. Der Thermostat springt nur noch an, wenn es draußen friert. Thermostat springt nur noch an, wenn es draußen friert ist, friert auch die Heizkosten nicht mehr bezahlen kann. Es liegt noch Geld in der Schublade. Wir müssen unsere gesamten Ausgaben noch einmal genau überprüfen. Wir müssen unsere gesamten Ausgaben noch einmal genau überprüfen. Wir müssen unsere gesamten Ausgaben noch einmal genau überprüfen. Нам потрібно двüchig перевірити наші загальні витрати. Jetzt kommen einige wiederholungen. A тепelche повторn. Kannst du mir Tabletten aus der Apotheke besorgen? Die Packung ist leer. Kannst du mir Tabletten aus der Apotheke besorgen? Die Packung ist leer. Kannst du mir Tabletten aus der Apotheke besorgen? Die Packung ist leer. Чи можете вы придбати мені Таблетки в аптеці? Пачка порожня. Ich will nicht mehr mit dir streiten. 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 Залиште мене в спокії. Ты мене лякаєш. Einmal im Jahr machen wir zusammen Urlaub in einem schönen Hotel, ohne unsere Familien. Einmal im Jahr machen wir zusammen Urlaub in einem schönen Hotel, ohne unsere Familien. Раз на рік ми разом відпочиваємо в гарному Hotelі подали від наших Сімей. У коробці багато різних гвинтів і гайок, але правий гвинт не входить. Ця Рослина добре розросла і скоро її можна буде продати. Die Eingangstür wird durch eine Gegensprechanlage mit Kamera geschützt. Die Eingangstür wird durch eine Gegensprechanlage mit Kamera geschützt. Вхідні двери захищені домофоном з камерою. Die Freunde spielen Volleyball an einem Sandstrand in der Karibik. Die Freunde spielen Volleyball an einem Sandstrand in der Karibik. Die Kopfschmerzen hören nicht auf. Ich muss zum Arzt gehen. Головні болі не припиняються. Мені треба йти до лікаря. Я сухаю найближчу аптеку, тому що мені потрібні таблетки від головного болю. Wir sind schon früh am Morgen zu unserer Bergwanderung aufgebrochen. Wir sind schon früh am Morgen zu unserer Bergwanderung aufgebrochen. Wir sind schon früh am Morgen zu unserer Bergwanderung aufgebrochen. Наш гірський похід ми розпочали рано вранці. Olivia steckt die Süßigkeiten in ihren Mund. Olivia steckt die Süßigkeiten in ihren Mund. Olivia кладе цукер ку дорота. Я не розумію, чому Райна покинув мене. Der Arbacus hilft beim Rechnen lernen und regt immer wieder zu neuen Rechenvorgängen an. Der Arbacus hilft beim Rechnen lernen und regt immer wieder zu neuen Rechenvorgängen an. Рахівниця допомагає вивчати Арифметику та спонукає до нових обчислень знову і знову. Дві мої дочки люблять випікати на кухні. Я показую їм, як це робити. Вилли schaut auf seine Uhr. Er hat noch 20 Minuten Zeit. Вилли дивиться на годинник. У нього ще 20 хвилин. Містер на кухні. Вилли дивиться на кухні. Ви б також хотіли випити кокосового молока. Ви можете використовувати мою соломинку. Ви забули поставити будильник. Тепер ми проспали. Хтось має також просувати білизну Супермена. Я доставлю цю рослину безпосередньо до автомобіля замовника. та забезпечую безпечне транспортування. Хтось має також випікати на кухні. Я кухню випікати на кухні. Ich habe mir gerade diesen weißen Übertopf für mein Wohnzimmer gekauft. Ich bekomme einen Personalrabatt. Ich habe mir gerade diesen weißen Übertopf für mein Wohnzimmer gekauft. Ich bekomme einen Personalrabatt. Auf der Werkbank liegen ein Gummihammer, eine Zange, ein Beil und weitere Werkzeuge. Die Reinigungsarbeiten im Haushalt machen wir immer gemeinsam. Wir posten gemeinsam in sozialen Netzwerken und amüsieren uns über die Antworten, die wir erhalten. Wir posten gemeinsam in sozialen Netzwerken und amüsieren uns über die Antworten, die wir erhalten. Wir posten gemeinsam in sozialen Netzwerken und erhalten uns über die Antworten von Antworten. Regelmäßiges Lesen regt die Gehirnzellen an, verbessert den Wortschatz und die Konzentrationsfähigkeit. Regelmäßiges Lesen regt die Gehirnzellen an, verbessert den Wortschatz und die Konzentrationsfähigkeit. Regelmäßiges Lesen regt die Gehirnzellen an, verbessert den Wortschatz und die Konzentrationsfähigkeit. Regulärne читання stimuliert Klätinemozku, покращiert словниковый запas und zdatnäßt konzentruwati-sä. Die Scheidung ist vollzogen. Ich gebe dir den Ring zurück. Die Scheidung ist vollzogen. Ich gebe dir den Ring zurück. Die Scheidung ist vollzogen. Ich gebe dir den Ring zurück. Rozlučenje zawarscheno. Ja poverno tobi kablutschku. Mein Nacken tut wieder weh. Ich sitze zu lange an meinem Schreibtisch. Mein Nacken tut wieder weh. Ich sitze zu lange an meinem Schreibtisch. Mein Nacken tut wieder weh. Ich sitze zu lange an meinem Schreibtisch. Unsere Schule ist gut ausgestattet. Jeder Arbeitsplatz verfügt über einen Computer und einen großen Bildschirm. Wir sitzen zusammen auf einer Bank. Die Musik kommt aus einem alten Kofferradio. Wir sitzen zusammen auf einer Bank. Die Musik kommt aus einem alten Kofferradio. Wir sitzen zusammen auf einer Bank. Wir sitzen zusammen auf einer Bank. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und поставьте нам Like. 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 Like.